Hallo, mein Name ist Markus Mingers von der Kanzlei Mingers & Kreuze. Gehören Umziehen und Duschen eigentlich zur Arbeitszeit? Sehr häufig werden wir gefragt, ob Umziehen und Duschen eigentlich mitbezahlt werden, also zur Arbeitszeit gehören. Zum vorherigen Umziehen vor Arbeitsbeginn gibt es bereits eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts. Diese besagt, wenn eine spezielle Arbeitskleidung für die Arbeit notwendig ist, also zum Beispiel Kfz-Mechaniker oder Leute, die in der Lebensmittelbranche arbeiten, dann gehört das Umziehen auf jeden Fall zur Arbeitszeit. Ungeklärt ist bislang die Frage, ob das Duschen auch zur Arbeitszeit gehört. Da wird man wahrscheinlich eine ähnliche Argumentation verwenden können. Wenn also hier das Duschen notwendig ist, um gegebenenfalls auch eine Reinigkeit für Dritte zu gewähren, also auch hier wieder zum Beispiel im Lebensmittelbereich, wo man auf Hygiene achten muss, dann wird das Duschen auf jeden Fall mit zur Arbeitszeit gehören. Bei allen anderen Fragen und bei allen anderen Berufen ist das Ganze natürlich eher kritisch. Wenn das Duschen eigentlich nur der eigenen Reinigkeit gehört, dann ist die Rechtsprechung bislang diffus. Dann gibt es auch Rechtsprechungen, die sagen, dass Duschen eher das Privatvergnügen ist, das man eben auch zu Hause machen könne und dass dies dann eben nicht mit zur Arbeitszeit gehöre. Also hier eine Gemengelage, ganz klare Rechtsprechung haben wir beim Umziehen. Jetzt geht's.